Musik 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 Das ist das. Ihr lacht? Ihr habt noch viele Probleme. Viele Leute kommen zu Ihnen. Sie denken, Sie haben Geld. Das ist das. Und Sie sind struggling. A lot. Das ist das. Und Sie sind ein Bruder. Der Bruder wollte Sie auf dich schrauben. Das ist das. Das ist das. Even für mich zu kommen, ich benutze meine Geld. Ich arbeite. Wenn ich komme, ich arbeite. Ich arbeite. Ist das wahr? Ja. 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 Das ist das. Er hat mich nicht gehört. Ja. Das ist wahr. Ich habe Sie gesagt, jetzt haben Sie eine Frau verloren. Sie haben Ihre Frau verloren. Ja. 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 Jetzt werden Sie noch nicht unterscheiden. Nawet das Bruder. Es ist ein Bruder, die Sie so sehr betrachten. Ja. Das, das wird Ihnen verlassen. In einer schrecklichen Weise. Ja. In fact, hier, die meisten der Söhne haben mich verlassen. Ja. Wir haben nicht gehört. Ja. Aber Gott leid. Du kennst die Geschichte. Ich weiß. Was ist das, was du kennst? Was ist das, was du kennst? Ich weiß, dass die Finanzen sind. Ich liebe mein Bruder. Ich bin Pastor. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Wenn alles alles gut war, hat er nicht gehört. Das ist nicht wahr. Ich habe dir über einen meiner Pastoren. Ich kam hier, um dir eine letzte Chance zu bitten. Ich kam hier, um dir eine letzte Chance zu bitten. Was ist die letzte Chance zu bitten? Ich habe dich nicht gehört. Jetzt hast du nichts. Ist das Bruder's Pay für dich? Hier hast du deine Frau verloren. Ich habe dich nicht gehört. Ja. Du verstehst? Ja. Und was ist die letzte Chance, die du sprachst? Ja. 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 Die Kirche ist immer ausgestattet. Ja. Die Kirche hat sich immer mit dem Land gezwungen. Ja. Aber du hast mit, aber du hast deine Möglichkeit. Das Gräu ist. Ja. Aber du hast mit, die du sagst, ich habe einen Gedanken. Gott hat dich forgiven. Ja. Ja. Vahre und mach was. Ja. 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 Ich kann es mit jeder Zeit machen, sogar morgen, sogar heute, sogar jetzt. So dass du Geld hast? Daddy, ich glaube in deine Geist, Daddy. Nein, ich habe keine Geist. Ich sage nicht meine Geist, als ob ich es von Vendor verbringte. Ja. Du bist derjenige, die Probleme zu haben. Wenn wir, wenn wir mit ihr sprechen, fühlen wir, wir machen uns noch mehr. Du bist der G.O. Du bist der G.O. Ich sagte, Pastor, dass wenn 10 Leute kommen, sie kommen mit ihren Problemen. Wenn 20 Leute kommen, sie kommen mit ihren Problemen. Aber wenn du dein Leben zu tun hast, sie kommen mit Gott, dann kommen sie zu Gott. Du bist der G.O. Es ist Gott, der Sie zu lösen, die Probleme zu lösen. So ihr seid, die G.O., General Overseer. Und wie alt sind Sie, General Overseer? Ich bin 26 Jahre alt. 26? Yes. Du musst sagen, die Wahrheit. Yes. Wenn du bist der G.O.? Sorry? When? 27 Januar. 27, du bist der G.O.? Januar, yes. Es ist hilfreich. Jeez. Das ist hilfreich. Vielen Dank.